Was sehen wir denn da? Du hast Drucker und Presse, macht Zeitungen oder sowas. Ja, ist sicher. Ne, aber was spricht denn dagegen? Ah, das ist ein Zeuerwort. Vielleicht gibt es da sogar noch Film irgendwie mit rein. Streich. Tierzeit. Oder Tiermagazin. Du hast aber auch Polo dabei, ne? Hm? Naja, du hast auch Polo dabei. Ja, Polo, aber die Nigger. Ich sehe gerade Boxer nicht so. Ja. Und die Weiche. Mach doch einfach. Ich höre Jan hier im Grunde mal. Tiermagazin, was? Wir? Oh shit. Hm. Er hat schon mal anviel. Das ist schon mal anviel. Du meinst, es muss jetzt schon glücklich sein? Hm, ja. Ja. Ja, mach die Quelle. Dann kann... Kann ich mehr machen. Mehr... mit Surfer Kanada und Pazifik. Aber was will er denn mit Quelle? Weiß ich doch nicht. Vielleicht denkt er an den Quelle-Katalog? Keine Ahnung. Gut, kann sein. Klassisch das Magazin, wer kennt's nicht. Oh, aber ich nehme Eismeer. Eismeer ist glaube ich gut. Da kommt er auf jeden Fall nicht auf Schale, also ich wüsste nicht wie. Aber dann Streich und Boxer. Streich und Tor. Streich und Busch. Quelle... Ja, Quelle... Gehen wir mal davon aus, nimmt er gleich? Ja, davon aus, das macht er als letztes. Hoffentlich nur. Ist doch egal, er nimmt das. Quelle passt in mein Eismeer nicht rein. Ich nehme gleich nur drei. Jawoll, ich hab schon mal eins. Läuft bei mir. Mhm. Oder er liebt Qualle, es kann auch sein. Ich glaube, er hat Qualle... Ich hab wahrscheinlich Qualle gewählt, also das... Ja, naja. Ich hoffe nicht. Surfer... Surfer ist echt scheiße mit Eismeer. Egal, hoffentlich denkt er dran, dass er das auch auseinander... also trennen kann. Ich hoffe, er denkt da dran. Was ist denn mit... äh... mit... 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 mit Casino-Royal? Er hat schon Casino... Das hat scheiße. Casino-Casino? Ich nehme Royal, ja. Ja... Streich. Was ist denn ein anderes Wort für Streich? Scherz, oder? Witz. Ich streiche ganz mit nichts verbinden. Was soll ich denn das verbinden? So, im Tor... Da könnte ich vielleicht irgendwas mit Sport machen. Haben wir noch... Polo haben wir noch als Sport, ne? Ja, was ist denn mit dem Hafen? Ja. Ne, 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 ne. Ich habe extra Eismeer geschrieben, damit er nicht auf den Hafen kommt. Den sehe ich nicht, den Hafen. Willst du noch? Na, Surfer sollte er noch mit reinnehmen. Ja, weil er im Eismeer ja auch sagt. Naja, du kannst das Eis ja auch weglassen. Ich habe ja eben erklärt, du kannst... Wenn du das Eis weglassen hast, dann brauch den Hafen. Ne, 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 ne. Dann hätte ich aber nur mehr gemacht. Aber Kanada liegt ja auch am Meer, oder nicht? Ja. Ja. So, Digga. Aber nicht unterwegs einschlafen hier, ne? Wo muss ich denn auch irgendwann mal entscheiden? Ja. Sehr gut. Alle drei zusammen. Ja, wir connecten. Ich merke das schon, ja. Ja. Digga, komm. Au. Ja. Da. Denk wie eine Frau. Also. Und jetzt gehst du aber nichts mehr. Mach beenden. Mhm. Ja. 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 Guck mal. Den Rahmen vielleicht. Könnte Extremsportler nehmen. Kommt man da auf Tor? Tor? Wo sind wir noch? Tor? Tor. Bogen. Bogen. Bosch. Auf Schorto. Ja. Nein. Vier zu siegen, ne? Ich will nichts sagen. Foto, da kommt er vielleicht nicht so weit. Quelle, wie kommt der denn auf Quelle? Einer weiß es. Er hat gedacht, Wadi, der meint bestimmt Quelle. Dann haben wir den Film, den wir dafür brauchen. Ach ja, der Bilderrahmen. Ich dachte die ganze Zeit an Rahmen, an das Essen. Ja, du bist auch so. Oh, du Apparat. Ich habe gerade den alten Begriff genommen, damit man vielleicht noch auf den Film kommt, der eingelegt werden muss. Oha, guck mal, das ist das Erste, woran er denkt. Ja klar. Da denke ich auch an den Film. Ich habe vergessen, dass wir alle Rentenhaus sagen. Genau. Okay, er denkt sogar an die Leuchtung. Er vergisst doch den Rahmen, als ich als allererstes dachte. Aber das ist das erste Mal okay soweit. Ja, der denkt wahrscheinlich auch an das Essen. An. Okay. Dann schreibe ich wieder Klöpse. Wie in der Klöpse. Dann kommt er vielleicht auch noch auf die Rahmen. Das ist der Ding Türrahmen. Ist der da schon oft drangelaufen? Nö, eigentlich nicht. Okay. Streich und Busch. Was mache ich denn da, ey? Streich und Busch. Streich und Busch. Streich ist so ein scheiß Wort. Warum wird im Discord nicht angezeigt, dass ich streamen? Oder sie steht bei mir auch stream. Was? Steht bei mir im Discord, hinter meinem Namen, dass ich stream? Nein. Es ist so ein Schmutz. Das ist ja frech, wenn er jetzt alle anklickt, ne? Er hat ja alle. Warum ist das frech? Das ist einfach Connection. Einfach das Richtige. Er geht runter. Streich, was nehme ich denn dabei? Streich, Mann ey. So ein Kackwort. Machen wir das Wort an. Du weißt, dass es auch die Dark Mode gibt? Er freut sich gerade. Ja, Mann. Hm? Du weißt, dass es auch die Dark Mode gibt? Ja, habe ich ja gesehen, nein. Okay. Ich wurde nur gerade kurz blind, als ich deinen Stream aufgemacht habe. Maul. Sag mir mal lieber, was ich mit Streich und Wusch mache. Ne, du bist mein Gegner. Ich habe dir auch geholfen. Wo? Ich glaube, bei den Söttern da. Ach so. Bei Zeitungen. Ich habe die Presse und Dinger gesagt, Drucker macht Zeitung. Der Herr muss ja ein Fünfer-Wort haben wollen. Gab es mal einen Fußballspieler, der Bus schieß? Oder Streich? Ja. Auf jeden Fall. Also Boxer und Tor wird schon nach Hausnummer, ne? Aha. Nicht so gehört, aber ja. Was? Boxer und Tor? Ja, wenn ich Sportler schreibe, kommt man da auf Tor oder auf Bock da? Klar. Klar. Oder auf Polo. Ja, Marco. Au. Aber, weißt du, beim Fußball gibt es die Meisterschale als Sieger. Beim American Football gibt es einen Ring, wenn du Meister wirst. Streichen. Nein. Und es gibt auch die Goldmedaille. Maler, Streichen, Witz, Küssen. Ja, der Maler, der malt doch mal ein Tor an. Ach, keine Ahnung, ich kann ihn und... Ihr habt wahrscheinlich sowieso. Ich kann auch nicht, finde ich. Keine Sorge. Doch. Ich hätte ein Wort. Oh, so. Und... Ich hab den Dark Book Mut für dich angemacht. Danke, Diggi. Mhm. Und den Torwart. Zapfen, kann man einen Busch zapfen? Mhm. Zapfenstreich. Äh, wie jetzt? Äh, ich oder was? Mhm. Machen wir ein Einer-Wort bitte. Ich kann eh nicht finishen. Ich weiß nicht, wie ich das noch wieder machen soll mit dem Scheißdreckswort. Scherz geht nicht, wie soll ich da, Buschscherz. Buschwitz. Gibt's den Buschwitz eigentlich? Den Gestrüppwitz? Den Baumwitz? Flachwitz. Was ist denn, wenn ich Euro schreib? Ja, mach mal. Ja, mach mal, Ratzen. Mhm. Dann kommt Gold. Oder Ring. Mhm. So ein Dreckswort. Ich hätte mit allem leben können, weißt du, aber nicht mit Streich. Ist ein Scheißwort. Verarschen. Verarschen. Wenn ich Geld nehme, dann nimmt er Gold. Ja, und Ring vielleicht, weil ein Ring ist teuer. Ja, und dann nehme ich Wurst. Und du, Streich und Busch. I don't know. Nimm Wurst. Hahaha. Ein Satz. Da krieg ich die Wiener unter, also das ist ja... Wurst. Die Wiener Wurst. Die Wiener Wurst. Hahaha. Wiener Wurst. Hahaha. Wie du Wurst sagst einfach. Wurst. Die Wiener Wart. Nee. Wachtergott. Wachtergott im Casino. Geld. Chip. Euro. Ich nehme Euro. Da habe ich mir ein Wort ergoogeln. Du darfst googeln. Du darfst googeln hier unten, natürlich. Oder oben in dem Fall, wo wir jetzt hier sind. Ja? Du darfst googeln, ja. Nur wenn wir Ermittler sind, dürfen wir nicht googeln. Ich habe mir echt die schwersten ausgemacht. Was ist das denn? Was ist das denn? Auf Ring? Oh fuck, das geht ja ganz in die falsche Richtung. Ja. Also ich habe gerade mal gegoogelt, kennst du Wilhelm Busch? Wilhelm Tell? Ich wusste jetzt gerade nicht mehr, ob Max und Moritz von Wilhelm Busch war. Ist es tatsächlich? Dürfte ich Max und Moritz schreiben? Ja. Ist ja ein Titel eigentlich. Darfst du. Aber die haben ja Streiche gemacht. Ich weiß nicht, was draufkommt. Vielleicht nimmt Jan jetzt auch Schale, die Euroschale, wer kennt sie nicht? Genau. Aber ob dieser... Wien... Ja, also ich meine, in Wien ist doch Casino-Spielen legal, ne? Ja. Was? Ja. Perfekt. Da wird er nie drauf kommen, aber was besseres fällt mir da echt nicht ein. Wiener Wurst sagt man das bei euch so? Wiener Wurst? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob der auf Busch kommt. Da war er aber ganz schnell drauf. Ja komm, nimm den Busch auch noch. Und das andere passt ja nicht. Peitsche würde... Oh scheiße, Peitsche würde eventuell noch passen. Beziehungsweise Theater. Aber Busch, wenn du überlegt, von wem ist denn Max und Moritz? Ja, Theater würde passen. Ja, ne, es war nie ein Theaterstück. Es war ja eine Verfilmung. Und es war ein Buch. Aber die haben wir mal Theater gemacht. Ja, die haben Theater gemacht. Ah, Teiko wenigstens sowas für Tendias, bitte. Taktisch clever wäre es... Ich mach hier voll den Pfeifat und... Taktisch clever wäre es, wenn er jetzt ratend beenden macht, weil... Nein! Doch, natürlich! Ach ja, ihr habt ja... Noch mal ein Einerwort geben. Ihr habt ja... Ja, wenn das so gar nicht ist... Ja! Ich darf nicht so laut sein. Stimmt. Darfst du nicht. Nimm's, komm! Nimm's! 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 Dreh durch. Du willst mich doch verarschen? Du musst es einfach sein lassen. Du willst mich doch verarschen! Ich geh da raus! Einfach sein! Hau! Aufwachen! Nimm's! Nimm's! V arrangements! Oh, erinnGGGG. Nstell попадEdu. G ERRRRRRRRRK! Komm, wir harmonieren. Was ist das? Ja! Woo! Stream Sniper. Ah, scheiße. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass du den Busch meinst. Nein? Und ich sitze hier, ich sage, Streich und Busch. Was mache ich denn jetzt, ey? So eine Kacke. Und dann fiel mir ein, Max und Moritz, wir haben gerne Streich. Und dann habe ich kurz gegoogelt, ob das von Wilhelm Busch ist. Weißt du, warum ich so an Euron angeklickt habe? Ring angeklickt habe? Ja, weil die Flagge... Ja, richtig, aus Stern, wie der Ring ist. Ja, genau. Und dann war das halt falsch. Und als nächstes hätte ich dann Casino genommen und Gold, denke ich. Ja, Casino hat, also mein nächstes Wort wäre Wurst gewesen. Ja, mit Sicherheit. Aber fünf Wörter gegessen worden. Ich habe gedacht, okay, das kann nur unser Sieg sein. Ja, dieses Wort Streich, ne, die ganze Zeit, das hat mich so abgesackt. Ey, was denn hier so... So, Moritz, warum Quelle bei Tiermagazin? Hast du Quelle gelesen? Nee, nee, ich habe Quelle... Ich habe Quelle... Gut gemacht. Ich würde sagen, da haben wir ganz am Anfang mal zusammen und ein Team-Magazin... Da hat er gemeint, die Magazine-Quelle ist ein Magazin. Quelle-Katalog. Nee. Eine Quelle, wo hat man was her ausgesprochen? Und ich die ganze Zeit, ich sage, die lesen bestimmt Qualle. Nee, nee, Qualle. Oder die sagen, also Ali denkt bestimmt an die Qualle. Ach, nee. Ich hatte ja noch an Boxer gedacht oben in der Ecke. Ja, das war meine Angst, das war meine Angst. Aber, ja. Ja, Maik hast du richtig gut gemacht. Oder Miek, Miek heißt du, ne? Maik, Maik, Maik. Maik, okay. Maik ist mein richtiger Name. Maik checken, 1, 2, 1, 2. Ich dachte, bei Eismeer, ich sage, hoffentlich hat er mir zugehört, dass er die Wörter auch trennen kann und nimmt nicht Hafen oder Brücke. Ich habe da rabiat gedacht, deswegen auch direkt den Surfer, weil es gibt Extremsportler, die im Eismeer surfen oder schwimmen. Ja, ja, stimmt. Und die Quelle hätte ich halt eventuell auch noch vorher irgendwie mit reingenommen, aber ich dachte, nee, dann nehme ich lieber Eismeer, wenn Jan sowieso mein Wort gässt. Ach, so eine Scheiße. Ich hatte halt vor der Schale ein bisschen Angst, wenn ich jetzt nur Wasser genommen hätte oder so, ne? Dann gibt es ja auch die Wasserschale so für Vögel oder so. Ja, kommt. Ja, gut, das... Ja, war geil. Ja, war geil.